Jo, willkommen auf Pong.blog und wir spielen heute Aga.io und das ist ein Spiel, da spielt man eine Zelle und die muss ganz viele kleine Punkte essen, die ihr ja hier auf dem Bildschirm sieht und andere Spieler können wir auch fressen, wenn wir größer sind als die und dann gibt es hier diese grünen Muscheln, die können wir uns verstecken, aber nur wenn wir kleiner sind als diese Muschel, sonst zerficken wir uns die Muschel, ja und das ist eigentlich alles zu dem Spiel. Links unten seht ihr den Score, da sieht man den Score, wie viele Teile wir gefressen haben und ja, ich bin gespannt, ob wir es ins Leaderboard schaffen, ich glaube ja nicht, da kommt schon ganz fette angedöselt, flieg nicht in den rein, flieg nicht in den fetten rein, ja, scheiße, ich habe ihn nur angetatscht. Läuft ja, gut. Wir können nur diese anderen Scheißpunkte essen. Team please, next team please, eat please, eat please. Yes. Yes. Gefressen. Ah, die wollen mich töten. Das ist da, der ist viel zu groß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 iss mich nicht. Oh, großer, großer. Ein Sonic. Ah, scheiße. So. Oh mein Gott. So, wir haben ein Score von 68. Okay. Ah, ich fress dich. Scheiße. Ah, nicht do. Ne, 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 nicht gut. Das ist ja selber zu blöd. Naja, komm, jetzt mach mal hier. Oh, scheiße. Ah, der hat mich gefressen. Der hat ein anderes Stück gegessen. Du bist so dumm. Alter, der ist ja ein fetter Sack. Ne, lass mich hin. So. So. Bis zum nächsten Mal.